In dieser Folge sprechen wir einmal über das Thema Zivilcourage. Mal ein komplett anderes Thema. Mehr ist möglich. Der Alex Rouge Podcast. Hier erhalten Sie Lernerkenntnisse, Inspiration und Ansporn in den Bereichen Marketing, Gesundheit, Erfolg und Unternehmer-Know-how. Mehr ist möglich. Wie Sie wissen, ist die Mehr ist möglich Podcast-Reihe so konzipiert, dass jede Folge ein wenig anders ist. So hat es etwas dabei für jeden und jede einzelne Folge ist wichtig und relevant. Und auch das heutige Thema hat einen aktuellen Bezug und auch eine Relevanz. Zivilcourage ist extrem wichtig. Und wir alle sind ja Erfolgsmenschen. Ich bin überzeugt, Sie sind ein Erfolgsmensch. Sonst würden Sie sich so einen Podcast nicht anhören. Und wir Erfolgsmenschen müssen auch Zivilcourage haben. Wenn wir sehen, dass etwas in eine falsche Richtung geht, dann müssen wir auch einschreiten. Wir müssen unsere Meinung kundtun. Wir können nicht einfach nur wegschauen. Eine meiner Stärken ist, dass ich logisch denken kann. Das ist sehr wertvoll für mich als Unternehmer und auch als Marketing-Experte. Ich kann Sachverhalte analysieren, ich kann mir Zahlen anschauen, ich kann mir Fakten anschauen und aufgrund von diesen Informationen kann ich dann eine Entscheidung treffen. Sei es nun bei der Produktentwicklung, beim Marketing und bei anderen unternehmerischen Sachen. Und nun haben wir eine extreme Situation in der Welt und die heisst Corona. Und ich habe dann festgestellt, dass die meisten Unternehmer der Meinung sind, dass die Corona-Massnahmen total überdimensioniert sind, total unverhältnismässig sind. Denn eben, Unternehmer, die können logisch denken, Unternehmer, die können rechnen. Aber ich habe dann auch festgestellt, dass genau diese Unternehmer sich selten öffentlich äussern. Die schreiben selten etwas auf Facebook. Die wollen nicht vor die Kamera treten oder vor ein Mikrofon treten. Was mich sehr überrascht hat. Weil eben, ich habe viel zu tun mit Unternehmern aufgrund der Rusch-Firmengruppe. Und somit habe ich viele Gespräche, sei das über Online-Konferenzen oder persönlich. Ich habe auch regelmässig Leute bei uns im Videostudio. Das sind dann meistens eben entweder Seminat-Trainer oder Unternehmer. Und ich würde mal sagen, 99% finden, dass die Corona-Massnahmen unverhältnismässig sind. Und ich höre dann auch, dass sehr viele Ärzte ebenfalls finden, dass diese Massnahmen unverhältnismässig sind. Aber fast keiner traut sich etwas zu sagen. Was eben schlimm ist. Und bevor Sie jetzt irgendwie sagen, Moment mal, es gibt doch überall diese Toten. Dann kann ich nur sagen, sehen Sie sich mal genau die Zahlen an. 2020 gab es weniger Tote als 2018. Als es Corona noch nicht gab. Und das meine ich eben genau mit Fakten und Zahlen. Was es nun braucht, sind Unternehmer, Ärzte, Politiker, Journalisten usw. Die sich trauen, bestimmte Fragen zu stellen und bestimmte Fakten anzuschauen und zu präsentieren. Und diejenigen, die mich jetzt schon das ganze Jahr beobachten, haben gemerkt, ich habe bereits im März 2020 ein Video produziert in Kalifornien am Strand, wo ich den Menschen gesagt habe, habt keine Angst vor Corona. Und zwei Monate später habe ich dann eine Show produziert mit Dr. Michael Spitzbart zugeschaltet über Zoom und ich war im Videostudio in Lenzburg in der Schweiz. Und bei diesem zweiten Video waren dann die Reaktionen schon recht heftig. Ich wurde irgendwie beschuldigt, ich würde Menschenleben gefährden. Obwohl auch schon damals die Zahlen eine klare Sprache sprachen. Ich habe mir gedacht, irgendwann geht die ganze Sache vorbei und ich muss keine Corona-Videos mehr machen. Aber leider ging es nicht vorbei. Im Gegenteil, es gab dann wieder neue Shutdowns. Somit habe ich dann jetzt im Herbst wieder gestartet, kurze Corona-Videos zu produzieren. Auch wieder mit Fakten, Zahlen und handfesten Informationen. Mitte November wollte ich dann noch einen draufsetzen, indem ich mal eine längere Show produzieren wollte mit VIP-Gasexperten. Ich habe dann drei ausgesucht, die prominent sind und die auch Zivilcourage haben. Nämlich die folgenden. Dr. Michael Spitzbart, er ist Präventivmediziner und ich kenne ihn schon seit über 20 Jahren. Ganz früher war der Geschäftspartner von Dr. Ulrich Strunz, der auch einer der Autoren ist im Rush Verlag. Und dann 2001 gab es die Rubrik Dr. Spitzbart Sprechstunde in der Zeitschrift noch erfolgreicher. Ich glaube so während der zwei oder drei Jahren. Der zweite, Jürgen Höller. Er ist ein bedeutender Weiterbildungsunternehmer und er wird oft auch als Modulationstrainer Nummer eins in Deutschland bezeichnet. Und der dritte, Michael Kuhl, besser bekannt als Mike Candice, der berühmte Schweizer DJ und Musikproduzent. Und bei allen drei hat man gesehen, die letzten Monate, dass sie eben ziemlich offen über die Corona-Situation sprechen, ziemlich offen auch Fakten präsentieren, konkrete Zahlen zeigen. Wie zum Beispiel, wie viele Menschen liegen mit Corona in Intensivbetten. Und das kann man auch dann wieder vergleichen mit den Grippejahren, zum Beispiel 2018, 2019. Wenn man solche Zahlen anschaut, dann merkt man, es ist gar nicht so gefährlich, es ist gar nicht so schlimm. Es sterben gar nicht so viele Menschen dran. Und die, die sterben, wie Dr. Michael Spitzbart so treffend sagte, das Durchschnittsalter der Corona-Toten entspricht der durchschnittlichen Lebenserwartung. Also, auch das nicht tragisch. Und auch wenn man dann so die Zahlen anschaut und man merkt, die Chance an Corona zu sterben ist 0,1 Prozent ungefähr, je nach Statistik. Und das ist die genau gleiche Zahl wie bei der Grippe. Und ich weiss, die Meinungen gehen auseinander. Das hat mir jetzt auch ein Mitglied vor ein paar Tagen gesagt. Er hat gemeint, klar, die Unternehmer, die haben keine Angst vor Corona. Die können alles gut durchschauen. Aber so der Normalbürger, der wird tatsächlich eingeschüchtert durch die Bilder in den Medien. Und der will dann gar keine Zahlen und Fakten hören. Der will nur diese Bilder sehen. Und ich meine, dass ich als Verleger auch eine Verantwortung habe gegenüber der Wirtschaft, gegenüber unseren Kunden, Mitgliedern. Und somit muss ich auch Fakten präsentieren. Auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Ich muss diese Zivilcourage haben. Und eben, ich muss nochmal sagen, Hut ab, was Dr. Michael Spitzbart, Jürgen Höller und Mike Candice machen. Das war auch der Grund, warum ich die drei Herren dann eingeladen habe. Und falls Sie die Show noch nicht gesehen haben, gehen Sie unbedingt mal auf die Rusch-TV-Plattform auf rusch.tv. Und nun zum Schluss möchte ich auch nochmals ganz generell über das Thema Zivilcourage sprechen. Denn hier geht es nicht nur um Corona. Es geht auch um andere Dinge. Es gibt ja viele Herausforderungen in der Welt. Manche schlimmer, manche weniger schlimm. Und Sie wissen vielleicht, ich bilde mich sehr intensiv im Bereich Gesundheit weiter. Das ist so mein Steckenpferd neben Marketing. Und da höre ich dann auch so Dinge aus Amerika. Und die Amerikaner, die haben viel grössere Herausforderungen als wir hier in Europa. Und was viele in Europa nicht wissen, ist, dass in Amerika ganz schön viel Essen genmanipuliert ist. Und es ist nicht mal deklarationspflichtig. Und die kriegen es nicht mal politisch durch, aufgrund der Lobby, dass die Hersteller es deklarieren müssen. Und hier sind wir natürlich in Europa schon weiter. Weil hier haben eben Journalisten Zivilcourage gehabt. Die haben sich nicht kaufen lassen. Die haben offen berichtet. Und dann wollten eben auch die Bürger kein genmanipuliertes Essen haben. Und auch bestimmte grosse Hersteller wie Nestle oder Unilever haben dann gesagt, nein, wir machen kein gentechmanipuliertes Essen. Und jetzt weiss man auch inzwischen, es werden Krankheiten verursacht oder begünstigt durch genmanipuliertes Essen. Das ist ja so, wie wenn sie Insektenspray auf ihr Essen sprühen würden. Weil das ist ja das Prinzip davon. Es hat Insektenkiller im Essen drin. Und es gibt nun auch zahlreiche Experten in Amerika, also Wissenschaftler und Ärzte, die sagen, dass 31 Krankheiten durch genmanipuliertes Essen verursacht werden oder zumindest begünstigt werden. Und oft reicht es schon, wenn man dieses Essen einfach weglässt. Aber wie gesagt, in Amerika ist es ein bisschen ein Problem, denn es muss nicht deklariert werden. Also die einzige Chance, die man hat, kein genmanipuliertes Essen zu sich zu nehmen, ist, wenn man im Bioladen einkauft. Weil dort ist es verboten. Und das mache ich natürlich, wenn ich in Kalifornien bin. Aber es erklärt auch wieder, warum die Amerikaner in viel schlechteren Gesundheitszustand sind als wir. Es heisst ja auch, dass die meisten Amerikaner entzündete Körper haben. Ja, also immerhin haben wir hier in dieser Hinsicht Zivilcourage im deutschen Sprachraum. Aber es gibt ja noch andere Herausforderungen. Man sieht es jetzt mit 5G. Ich höre jetzt von vielen Gesundheitsexperten, dass das eine der grössten Bedrohungen für unsere Gesundheit ist. Und hier gibt es natürlich jetzt auch Menschen mit Zivilcourage. Es gibt bestimmte Städte, wo es sogar komplett verboten ist. Zum Beispiel auch eine Stadt in der Schweiz. Und ich habe auch mal gehört, in Brüssel sei es glaube ich auch so. Das war mal eine etwas andere Folge. Und denken Sie mal darüber nach. Und schauen Sie auch, wo Sie selber Zivilcourage einsetzen können. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.